Herzlich Willkommen im Kurs Meine eigene Comic-Figur mit Anime Studio Debüt. Dies ist ein Einsteigerkurs, in dem du eine Comic-Figur zeichnest, die dir ähnlich sieht und die du für Werbung und Kommunikation einfach variieren kannst. Mein Name ist Ingo Hoffmann und ich zeige dir in einfachen Schritten, wie du zu deiner eigenen Comic-Figur kommst, auch wenn du nicht zeichnen kannst. Ich bin Diplom-Informatiker und habe viele Jahre Erfahrung in der Weitergabe von Wissen. Ich lebe in Berlin, probiere gerne Neues aus, habe ein gutes technisches Verständnis und kann gut erklären. Dazu benutze ich gerne Bilder. Ich selber bin eher visuell orientiert. Ich habe den Kurs so gestaltet, dass du schnell erste Ergebnisse erzielst. Es werden genau die Funktionen der Software erklärt, die für die Figur wichtig sind. Am Ende des Kurs kannst du deine Figur auf deiner Webseite, auf Flyern oder in E-Mails sofort einsetzen. Du hast eine preiswerte Möglichkeit, auf ansprechende und bildliche Weise deine Kunden anzusprechen, Kollegen zu informieren oder einfach nur mit Spaß Comics und Animationen auszuprobieren. Im Kurs zeichnest du ein Selfie von dir nach und ergänzt es mit einem Standard-Comic-Körper. Gesicht und Figur sind nachher voll beweglich und können unterschiedliche Gefühle ausdrücken. Der ideale Kursteilnehmer hat Spaß an witzigen Comic-Figuren und kann diese auch öfter einsetzen. Du brauchst keine grafischen Grundkenntnisse und musst nicht zeichnen können, aber du brauchst diese Software Anime Studio Debüt. Das ist die Einsteiger-Version für 30 Euro für Windows und Mac OS. Schau dir den Lehrplan an und die Vorschauen und dann leg los. Ich freue mich auf dich in diesem Kurs.